Hallo Freunde, da bin ich zurück im nächsten Teil und ich habe was rausgefunden. Ich bin nämlich hier eben, weil ich hier absolut keinen Bock mehr gehabt habe, ewig hier nicht weiter zu kommen, bin ich hier unten nochmal lang gegangen, einfach so spaßeshalber. Und hier hinten, man glaubt es kaum, aber es ist wirklich wahr. Ach nein, Samus, da will ich nicht rein. Da haben wir, ah Mist, da oben, wenn ihr euch das mal anschauen wollt, genau, da können wir also rein. Also, brauchen wir Anlauf. Hoppla, hoppla, hoppla. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt. Und zack, ah Mist, das war die verkehrte Taste. So, nochmal zurück. Nochmal dahin. Jetzt aber. Zu spät, scheiße. Aha, ich habe es doch eben geschafft, man. Jawohl. Ah, bin ich gut. Ach, Eigenlupf stinkt, ja ich weiß. So, jetzt sind wir hier im Sicherheitsterminal und können endlich die grünen Schleusen aktivieren. Ja, nur leider hat das auch einen Nachteil, denn jetzt sind sämtliche X hier überall. Und, ähm, ja, das ist, äh, nicht so gut. Scheiße. Ha, da war ich gut. Ah, da ist noch so einer. Zack, meiner. Ja, jetzt müssen wir nochmal nach hier und jetzt müssen wir da hinten durch und, ach, ah, das war gut. So, hier sind jetzt auch überall die Gegner. Äh. Ah, ich lasse dich auch noch rein, ich dämme. Na, kommst du ja. So, jetzt können wir hier und dann da und dann Dings und boah. Iiii, was ist denn das? Hallo? Ich wollte gerade sagen, geht der auch nochmal kaputt? Ah, nein! Oh, boah, haha, ich bleib auch noch, haha, wie geil! Ah, ich bleib auch noch trocken stehen. Natürlich. So, iiii, was haben wir denn hier? Iiii, na gut, da komm ich nicht weiter. Aber, was ist mit meinem Bomben? Ist hier eine Geheimtür? Nein. Wieso soll ich denn hier rein, Mann? Hahaha, ist doch scheiße. So, ihr könnt ruhig mampfen, wie ihr wollt. Ich will jetzt erstmal wieder zurück. Und zwar da hoch und dann da. Dann hier hoch. Waaah! So, Moment. Wo bin ich denn da lang gegangen? Moment. Unten durch, dann da hoch. Ja, dann bin ich ja vor der Tür gewesen. Hä? Ach, da unten! Ja, 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 okay. Also, wieder zurück! Kommando, zurück! Nice, gut mir. So, dann nochmal hier. Stirb! Ach, egal. So, dann hier. Ah! Ah! So, dann müssen wir hier nochmal den Hyper-Power-Super-Beat-Boost. Der aber nicht klappt. Okay. Ah! Boah, verzieht euch, Mann! Das war jetzt nicht genug, oder was? Oh, das war nicht genug. Ah! Nein! Machen wir es so. Da war's. So, dann können wir hier durch und dann... Wäääh! Oh, scheiße! Das war die verkehrte Taste! Nein! Das ist noch so einer. Iiiiih! Alle, hopp! Hehehe! Ich bin nicht ganz so blöd, wie ich aussehe. Oh, nein! Oder vielleicht doch. Was haben wir hier? Ah, ein Geheimnis! Ein Geheimnis! Alles meins, alles meins! So, nur wo ist das Geheimnis? Ah, da oben ist das Geheimnis. Haha! Gut, aber das bringt mich jetzt nicht wirklich weiter. Okay, so können wir sie also auch quits... Neee! So, machen wir es doch einfach so. Sam, 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 sam. Ähm... Ja, ich glaub, dann haben wir alle, oder? Na, da ist noch einer. So, ähm... Ich sag ihm mal unheimlich viel zu. Kann das sein? Ich glaube, da oben war was, wo wir hinkonnten. Hm, nein! Ach, scheiße! Da wären sie gewesen! Ach, Mist! Egal. Ja, genau. Da oben war noch einer. Ja, genau. Das war hier der Raum. Na, Samus. Na! Hier rein. Ah, nicht da runter. Komm. Dann da hoch. Und dann hier hoch. Hehe. Ja, so war das, genau. Einmal unten durch. Da haben wir es. Ihh, was ist das? Boah, seht das, wie das hier am Flimmern ist? Aha, der kommt zurück. Oh, noch so einer. Mann, ich komme immer auf die verkehrte Taste. So, das war es jetzt aber, oder? Ihh, bah! Oh, endlich! Meine Güte! Hier ist ein Geheimnis, oder? Kein Geheimnis. Nein, hier ist kein Geheimnis. Hier ist nur eine Wahnsinns-Hitze. Puh. Oh, das sieht aber böse aus. Das sieht aber richtig böse aus. Da ist der Datenraum. Endlich! Oh. Super Missile. So, endlich. Was war das? Wow. Was war das? Das gefällt mir nicht. Ich habe Angst. Hier oben kann mir nichts passieren. Was zum Henker war das? Oh, schaffe ich jetzt hier mal einen Sprung, den ich... Nein. Oh, komm, Samus, bitte! Nee, das schafft man nicht. Gut, also müssen wir hier wieder lang. Oh, jetzt sind hier wahrscheinlich wieder alle Gegner, richtig? Nee. Was ist denn das? Was ist denn das? Wo bin ich? Darunter, okay. Speichern! Oh, gut! Ja, das möchte ich. So, Freunde. Ähm, der Spannung wegen... Mache ich jetzt hier Schluss? Ich weiß einfach jetzt nicht, was kommt. Ähm, ich bin genauso gespannt wie ihr. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Bis dahin, NMU18. Adieu!